Ach, Dabellerei! Alter! Alter! Drei Stück, Alter! Oh, Alter! Alter, ich geb pennen. Und brenn da ein paar Kollegen. Nee, weiter. Oh, 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 oh. Da wollten die alle, Mann, durch die Tür. Das... Das hab ich auch noch nicht erlebt. Oh, oh, oh. So, wie sieht's beim Feld aus? Danke, liebe Spinne. Das wird auf jeden Fall, glaub ich, ne Aufnahme, die ein bisschen ruckeliger sein wird. Ich brauch keine Schaufel mehr. Ich warte jetzt eh Steine schlagen, den... schon seit... ...Millionen... ...Tagen. Welche war ja die Kohle? Ich muss noch mal kurz was ändern. Das geht grad überhaupt nicht. Jetzt ist er... Tom, das ist nicht... Oh, klar. Oh, das ist... ... ... ... ... ... Ich rede auch nicht so viel, ich merke das selber. Kommt aber auch, ich mache die Aufnahme gerade abends. Was spät haben wir? Es ist halb zehn gleich. So, dann habe ich hier reingegraben. Drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und Kohle. Die Fackeln habe ich da. Drei, drei, vier, fünf. Was? Wie? Was? Ha? So, jetzt, äh... Zwei... Drei... Vier... Fünf. Dann hier rein. Zwei... Drei... Ich glaube, ich bin gleich draußen. Ja, ich bin draußen. Hallo? Ich glaube, hier können wir keinen Blumentopf gewinnen. Dann müssen wir schon wirklich in eine Höhle reingehen. Na, mal gucken. Mal sozusagen, wo ich mir eventuell noch Sachen vorstellen könnte. Die, äh... Wo man noch was bauen könnte. Also, hier nicht. Hier nicht. Selbstmordgefahr? Hm. Niemand da. Nö, keiner zu Hause. Schade, ich hätte eigentlich nach Eisen suchen können. Naja, machen wir noch. Machen wir noch. Keine Angst. Machen wir noch. Alter, diese Musik geht gar nicht. Wartet. Tief mal ja, ein Nervenzusammenbruch. Tief mal ja, ein Nervenzusammenbruch. Da, wenn man so zieht. Tief mal. Ja, nein. Die Tiere sind wieder mal in ihren... ...heimischen Gewässern unterwegs. auf ihren Bäumen. Bloß mit dem Scheißgebiet da hinten. Da kann ich eigentlich gar nichts mit anfangen. Ansonsten Ich glaube, das wird eher eine Ruckelaufnahme dieses Mal. Schade eigentlich. Hier könnte man Obsidian machen. Für ein Portal später. Eine Menge Sand hier. Ich gucke jetzt einfach mal nur mal so rum und mal so ein bisschen Hi. Hi. Habe ich noch Hunde dabei? Ja, habe ich. So. Mitkommen. Je mehr Hunde, desto besser. Und Bambus. Neh mich mit. Wuff. Neh mich mit. Hm. Sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, finde ich. Und vielleicht ein bisschen zu eckig, aber ist halt so. Gehen wir mal hier rum. Und ich glaube, die ersten sind fertig, oder? Ja, die 1 ist fertig. Ähm. Ja. Es sah gerade ebenso aus, als ob er nicht mehr getabt ist. Rein mit dir. Sitz. So, dann weiß ich eigentlich gar nicht, was wir noch machen können. Ähm. 50 Minuten nehme ich jetzt auf. Ich weiß gar nicht, was wir machen sollen. Unser Essen ist auch schon wieder weg. Am Haus können wir auch nichts bauen. Und jetzt da was wir machen können, ich so oben mal Fackeln anbringen. So. Ab sind auch alle Fackeln weg. Mehr können wir aber nicht tun. Und bevor mir die Zombies wieder in das Haus stürmen, will ich lieber schlafen. Und dann, glaube ich, beende ich die Aufnahme. Sollte ja eh nur eine kurze werden. und... Gut, so viel haben wir jetzt auch nicht geschafft heute, aber... Ja. Immerhin etwas. Was mache ich mit dem Platz hier eigentlich? Ich... Ach ja, stimmt. Jetzt weiß ich, was ich noch machen wollte. Ich weiß, was ich machen wollte. Cool. Und zwar sind hier ganz viele Pflanzen. Da machen wir mal weiter. Da machen wir mal weiter. Eine Rose. Eine Rose. Hier ist Lehm. So, jetzt habe ich Lehm. Super. Eine Rose. Ich glaube, mehr brauche ich auch nicht. Mehr brauche ich auch nicht. Ja, ihr wisst doch alle schon, was ich vorhabe. Und ich glaube, den Hund hole ich da oben gleich mal weg. Der ist mir da ein bisschen zu... Der sitzt da jetzt und... Ja. Ja. Dann... 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 Wie viele Rote habe ich? Drei... Da muss eins wieder weg. Und Rosen... Oder... wenn... Dann... Dann... ...mach... ...eine... ...kirke... ...eine... ...kirke... Ich hatte doch noch die fünf weißen, ne? Was ist das? Geht das? Ich lass das mal so, mal gucken. Vielleicht ändere ich das noch. Ja, ich lass das mal so, mal gucken. Wieder habe ich so viel im Inventar. Vor allem Dinge, die ich überhaupt nicht brauche, wie die Pilze zum Beispiel. Na dann hier weg. Ob ich hier einen Kiesweg machen soll. Ich meine, Kies haben wir da hinten gesehen in der Höhle. Ob ich das noch holen soll. Und dann hier einen kleinen Kiesweg bis da hinten. Ne, ich beende jetzt erstmal... Ne, erstmal... Ja, runter da. Jetzt darf ich das Glas wieder kaputt machen. So. Geht da freiwillig dahin. So, sitz. Glas hatten wir hier noch? Ach, jo. Ja, super. Ach, da fällt mir ein. Was ich schon seit Urzeiten machen wollte. Was ist das hier? Was ist das hier? Was ist das hier? Nahrung! Hier, der weg! So. So. Und dann... Mache ich wieder einen auf den hier. Mache so. Mache so. Oder auch nicht. Na, egal. Ähm... Und dann beende ich die Aufnahme in einem sehr... Wie lange noch? Ach so. So, jetzt. Beende ich die Aufnahme nach... Nur... Knapp einer Stunde. Aber... Alles klar. Wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme. Dann mit einem anderen Texturenpack. So wie es geplant ist. Bis dahin sage ich... Tschüß und auf... Wiedersehen.